So, da sind wir wieder. Hallo. Ih, was ist das für eine Popperze? Ah, Krabbenlarven. Krabbenwurmlarven, ja? Larven. Larven, ha. Oh, das Schild ist geil. Und das, ne, das blöd. Was ist da los? Das Schild ist cool. Ist das meins? Oh. Ich baller schon mal so eine Krabbenwurmlarven, halt den Kopf weg, ne? Ja, mach du mal. Wenn ich den treffen würde. Stirb halt jetzt. Kritisch. Hat's er noch? Einfach mal ein paar Granaten rein. Uah, ganz schleimig. Das sind Tausende. Äh, erstmal in aller Ruhe nachladen. Ne, ist das. Hä, wo ist meine... Nein. Oh, nee. Äh? Fuck. Was machst du? Ah, da ist mein Shotgun. Ich geh mich mal heilen. Ich hab irgendwie grad ein bisschen viel HP verloren. Ich hab 24. Ich hab ja schon sehr... Ja. Nee, ist klar. Da ist meine Shotgun. Al... Nein! Nein! Das Toolstuf. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hallo? Hallo. Revolver, Granate, Granate. Ach, boah. Nehmen wir mal ein Medikit? Medikit. Danke. So. So. Was hat's hier in der Kotze? Ah, Revolver. Ne, Sniper-Munition. So. Wir müssen hier Kristalle sammeln, um uns unser erstes Artefakt zu holen. Artefakte sind dafür da, den Spezial-Skill der jeweiligen Klasse zu verbessern. In diesem Fall wär's da ein Schock. Schaden. Hier haben wir so'n Kristall. Müssen wir kaputt machen. Und dann die Dinger sammeln. So, links hat's Larven und rechts hat's Alpha-Skegs. Wir erstmal die Larven wegsnipern und dann die Skegs legen, oder? Ja, mach mal. Oh ja, mach mal. Schon noch Treffen. Hallo? Oh, die hat's zerlegt. Die buddelt sich ein, voll die Assi-Krabbe. Assi-Krabbe? Ja. Ach schon, die kommt. Na wo? Kommt hier vorne raus, hier irgendwo. Siehst du ja unten, da. Auch da. Alter, wie schnell ist die? Stirb, ich kolle... Ich baller der voll auf den Kopf. Was? Das gefällt dir nichts. Lacht er sich halt. Hast du noch deinen... Ja, du hast deinen Feuers, äh, SMD, nice. Ja? Ja, weil die Viecher hier sind ja anfällig gegen Polen. Ja, komm mal hier, Steffs. Woo! Oh. Schicken. Nein. Du bist das Vieh. Ach da. Das brennt. Ja, da ist noch eins. Ja, dann töts rein. Boah, Ratatatata! Alter! Wie schnell geht denn das hier grad? Ich ratter da einfach irgendwo in der Gegend. Boah, wie viele kommen denn da? Wie schreckt ihr das? Ist das tot jetzt? Boah, wie viel Glück du gehabt hast, das ist direkt vor dir verbrannt. Alter, kommen da noch welche? Nein, nein, das war's. So, ich skill meinen Umbudel. Was hab ich denn? Loll, wie viel Geld? Nee, ey. Darf ich mir direkt noch ein... Was wollte ich denn hier skillen? Komisch. Hallo, Kartoffen. Voll? Du-di-du-di-du. Voll. Stark. Ach, hier hat's... Dings. Ah, Sniper-Munition. Nice. Und Revolver-Munition. Und nochmal Sniper. Ja, die Dinger fliegen hier voll weg. Dunk, dunk. So, dat war's auch schon. 10 von 50. Ja. Der war doch grad noch irgendwo... Boah. Was machst du? Du hast hier an Pulle gesaufen, du Sack. Wat hab ich? Da lag ne Ampulle. Die hast du. Nein. Doch. Ich hab keine... Oder doch? Ich weiß es nicht. Doch. Boah, ich balle ihn so auf den Kopf, ne? Und das macht er nix. Bäh. Moment, ich muss eben noch aufladen. So. Ich bräuchte mal Revolve-Amonie, irgendwie. Guck. Hat's irgendeine Waffe gehabt? Ja, oben rechts gibt's ne Kiste. Und links kommen böse Gegner. Wir sollten vielleicht nicht die links ziehen. Sondern erstmal hier rechts hoch und gucken. Hallo? Ja, Safe Point. Hups. So, was hat's hier Feines? Eine Sniper! Die ist kacke, aber egal. Hallo? Granate? Nice, ein Gegner. Granate. Ah, die hat nicht getroffen. Ah, doch. Oh, da ist ein Böser. Einer mit leuchtenden Augen. Können die nicht einfach hier unten bleiben? Der haut mich! Oh. Der andere hier auch. What? Wo ist die Sau? Da. Ah, der kommt noch auf mich zugesprungen, Alter. Da kotzt einer. Uuuh. Nimm dir mal die Medi-Ampule-Dingen hier. Nimm mal beide am besten. Hallo? Oh, das war's erstmal. Da oben ist noch eine. Springen die Viecher mich an, ey? Ja, das ist in ihrer Natur. So. Na, renn doch. Du meinst sauer. So. Wollen wir die links oben ziehen, oder nicht? Da ist noch eine Waffengiste. Da hat was gebrüllt. Da oben holt's. Da unten kommt das. Da oben kommt. Der kotzt. Oh. Ja, sollen wir die da oben holen, oder nicht? Nee. Da kommt wahrscheinlich irgendein grüner, oder auch so ein blauer wieder raus, oder so. Ja, ja, ich sterb dann fröhlich. Oh, mein Gott. Ach ja, ist das schön. Granate! Daneben! Du, ach, mich hat was hier hinten gefetzt. Oh, wie ich nur mit der Granate werfe, äh, treffe. Oh, abgeschlossene Herausforderung. Dynamitmussbum. Alter! Ja, die Läden haben ein neues Inventar. Wir müssen sofort zurück. Ah, den Dicken meinte ich. Ich bin tot. Fuck. Ich belebe dich auch mal, bevor ich aufschmerbe. Wo liegst du denn da bitte? Stirb, Digga. Lass mir den hier. Lass mir den. Schaffst du es? Ja, ja, schon. Iridian-Säure-Artefakt hast du bekommen. Guck mal, ob du das benutzen kannst, oder ob das für eine andere Klasse ist. Äh, erforderliche Klasse. Jäger. Jäää. Ja, komm mal her. Thanks. Jetzt müsste ich einen Säure-Vogel haben. Nee, noch nicht. Ich muss hier erst einlegen. Ähm, ich schmeiß mir dann nochmal ein Medi-Kit rein. Ja, jetzt habe ich eigentlich so einen Säure-Vogel da. Da kommt jetzt aber nicht noch Wasser. Äh, äh. Nein, überhaupt nicht. Da, brummt. Äh. Ich habe mich mit der Granate gekillt und gleich wieder, wieder belegt. Hey, lauf rein. Nice. Wo brummt's? Äh, da wird's. Irgendwo. Ah, nice. Vollharmonie. Oh, noch mehr eine Vollharmonie. Cool. Was ist denn? Was ist das? Sniper und Shotgun. Die Sniper ist wieder kacke. Wart wo? Ah. Und Granaten. Brauchst du welche? Ich würde noch drei Stück nehmen. Ja, nehm. Was ist das? Shotgun. Ist doof. Nehmen sie trotzdem. Haha, Geld. Voll. Toll. So, jetzt kommen böse, äh, Banditen. Oh, warte. Schau mal. Hallo, ich hab K gedrückt, danke. Oh, da ist der arme kleine Claptrap, der ist tot. Also halb. Oh, da ist ein, äh, Schläger. Ähm. Der, der brennt. Der nicht brennt. Wieso brennt der nicht? Der kriegt ja kaum Schaden, der Kerl. Oh, da kommt ein Psycho. Oh, da kam ein Psycho. Oh, da sind zwei Schläger. Verarschen. Ich hab irgendwas mit der Granate gekillt. Ich weiß nicht, was. Jawohl, der ist tot. Oh, der Schläger hat auch noch ein Schild, ey. Ah, ne, das ist der dahinter. Scheiße, ich hab keine Granate mehr. Komm her, Keule. Nein, ich hab jetzt nicht derweil mal die Schockkristalle oder so. Boah, nee, überhaupt nicht. Ich hab noch voll die, voll die, äh... Oh, ich krieg von überall Aua. Sirenen, äh, Spiel. Äh. Ja, ich spiel wie eine Sirene grad irgendwie, das ist ein bisschen blöd. Ja, und ich spriele einfach nur Kacke. Ja, und ich sterbe grad. Ich, ich geh mal sterben. Oh, ich bin tot. Ach, Mann. Werdet nie sterben. Aber ich muss, hä, hallo? Ich muss gedrückt halten. Dankeschön. So, ihr Muschi, jetzt geht's ihr Saus. Ich wollt grad Club-Trap abschissen. Brrbrrbrr. Neeein. Ah, Öl. Hab ich einen Leck? Ähm, wie ich anfangen, das treffe. Boah, Jünger. Komm hier, ich hab' Messer. Was ist das denn? Oh, ein Schild. Sollt das noch was? Ja, ich messer den. Ich hab'n Schild gekriegt. Ist der gut? Das seh' ich grade. Hinten ist ne Waffenkiste. Was ist das denn? Oh, hier? Ein SMG und ne... Ein Feuer-SMG und ne... Schock-Shotgun. Ähm, hallo? Jetzt noch ne Shotgun. Rettung, Lost Cave, finde das Reparatur-Kit und repariere diesen Club-Trap. Du hast schon wieder einen defekten Club-Trap gefunden. Offensichtlich ist das hier ein... Blah, blah. Ähm... Blah. Annehmen. Questbeschreibung? Blah, blah. Oh, hör auf zu heulen, Junge. Nein. Du rennst einfach schon wieder vor. Ja, du bist ja da irgendwie nur ein bisschen langsam grad. Ja, sorry. Hier ist noch Shotgun für dich. Da hat's noch Elektroshotgun. Nee, das ist... Ach, das ist ne Rowdy Machine Gun. Okay, dann nehm ich. Was hat's hier noch? Komm, wir gehen mal da hoch. Da gibt's auch noch Kisten. Soweit ich das noch weiß. Munition und Waffe. Ja. Ich renne da voll, okay. Ist klar. Was hat's dann? Das ist umgehe. Hm, Sniper. Wie viel macht denn meine? 118 und hier, die macht... Alter, Vater. Sie nimmt einfach die Sniper? Dann nehme ich die. Nee, ist okay. Du hast eine Explosivwaffe gebunden. Poliziere, die aus reichen Waffen abgefeuert werden, können beim Aufbau explodieren und maximus Schaden anrichten. Danke für die Information, Club-Trap. Ja, das ist cool. Das zersprengt die Gegner dann so oder so. So, hallo Schlä... Nee, Killer-Bandit. Granade und bam. Boah, shit, ein Digger-Fetter. Noch ein Digger. Ähm, ich krieg den Sniper. Warte, lass mir den Digger. Hallo? Und steck... Ach, shit. Hallo? Ich steck fest. Was ist da los? Ja, dann kille ich die in der Zeit. Hat sie noch einen? Ja. Hm, nö. Hm, nö. Alle tot. Ja, du auch fast. Ja, ich bin schon zweimal gestorben wieder, glaube ich. Oder einmal. Ja, absolut. Aber egal. Ja, wieso? Ich sterbe und frage eine Granate und dann bin ich direkt wieder... Na, ich renne immer irgendwo dagegen und... ...zeh nichts. So. Runde, 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 runde. Runde, 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 runde. Oh, das ist ja wieder vollkommen. Oh, das ist ein grüner, alter, nee. Medikit. Ich brauche das Medikit, gib's mir. Nein! Wo ist die Sau? Pass mich. Ich sterbe. Ich bin voll tot. Ich sehe auch gar keinen kleinen mehr. Ich glaube, ich drücke aber auch nicht. Ah, ist mir noch gut. Oh, kommt hier, ich rein. Jetzt gibt's uns Monde.